Starttot Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreiseanträge geschlossen dem Recycling zugeführt werden, um daraus eine große Marx-Engels-Büste zu fertigen. Dankeschön. Ich bin Andrea Günther, ich bin die Kuratorin der Ausstellung Wir arbeiten dran. Die Ausstellung zeigt 14 internationale Künstlerinnen und Künstler. Die Kooperation mit diesen Künstlern ist erst zustande gekommen durch das Projekt Plattforma 11. In diesem Zusammenhang kamen 50 internationale Gäste nach Leipzig, um sich dort ganz praktisch dem Themenfeld Kunst, Kultur und Politik zu widmen. Diese Ausstellung hat für mich eine Brückenfunktion, dieses externe Projekt auch hier in Berlin in der Stiftung zu zeigen. Die Ausstellung versucht es exemplarisch Aktivisten zu zeigen, die gleichzeitig Künstler sind und zeigt hier Arbeiten, die sich an politischen Prozessen, Ereignissen und Zuschreibungen reiben. Die Ausstellung Wir arbeiten dran, findet im Rahmen der Themenwoche Weitwinkel zu Kunst, Kultur und Politik statt. Die Arbeit von Mohammed Allah ist sozusagen eine Reliquie einer Performance, die der Künstler auf dem Taya-Platz in Kairo während der Republik. Die Revolution gemacht hat. Die Performance sah so aus, dass er eine 30 Meter lange Papierrolle hat ausgerollt und hat die Menschen gebeten, ihre Wünsche, Vorstellungen, ihre Gefühle auf diese Rolle niederzuschreiben. Und das haben sie auch getan. Die Rolle ist sozusagen voll geschrieben von Emotionen über die Revolution in Kairo. Eine sehr, sehr starke Arbeit. Vielleicht noch zwei Worte dazu, warum die Arbeit Dog and Lion heißt. Das geht zurück auf ein Zitat, ein kleines Gedicht, was hier auf diese Rolle geschrieben wurde und was für Mohammed Allah zeichengebend oder sehr signifikant war für den ganzen Prozess, der in Ägypten stattgefunden hat. Ich werde es kurz vorlesen, weil ich kann es nicht mündlich wiedergeben. Und zwar schrieb eine Ägypterin, bedauert nicht den Verrat der Vergangenheit. Selbst wenn Hunde auf toten Löwen tanzen, glaube nicht, dass sie sich über ihre Herren erheben. Löwen bleiben Löwen, Hunde bleiben Hunde. Löwen sind und bleiben beängstigend, selbst wenn auf ihnen Hunde tanzen. Ich bin sehr froh, dass ich die Künstlergruppe Stord Jellert gewinnen konnte, sich in dieser Ausstellung zu beteiligen. Ich zeige vier Videoarbeiten von ihnen. Diese vier Videoarbeiten sind aus ihrer Reihe Songspiel. Ich zeige Towersongspiel, Perestroika-Songspiel und Partisan-Songspiel. Stord Jellert ist eine Künstlergruppe aus St. Petersburg, die sich sehr intensiv mit politischen Prozessen auseinandersetzt. Und in diesen Songspielfilmen das Genre der Sprechoper benutzt, um politische Prozesse zu kommentieren, zu persiflieren und zu konterkarieren. Zum Beispiel sieht man im Foyer die Arbeit Towersongspiel, wo auf sehr interessante Weise der Prozess um den geplanten Gazprom Tower in St. Petersburg betrachtet und sozusagen begleitet wird. Das Video-Museumsongspiel habe ich zum Beispiel ausgewählt, weil es sehr spannend ein Verhältnis aufmacht, was scheinbar nicht zu existieren scheint, und zwar politische Prozesse und Kunst. Und zwar wird in diesem Video dargestellt, wie eine Gruppe von Asylbewerbern sich in einem Museum verstecken. Und in diesem Zusammenhang entstehen ganz viele Probleme, da der Museumsdirektor nicht weiß, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Und es zeigt so diese schöne, glatte Welt der Hochkultur und auf einmal bekommt sie einen Riss, einen Bruch, in dem ein tatsächliches Problem sozusagen von außen hereingetragen wird. Deshalb finde ich den Film sehr wichtig hier zu zeigen, weil er exemplarisch dafür steht, für ein Verhältnis einer scheinbaren elitären Hochkultur zu einer Realität. Und das ist auch das, was all diese Künstler, die hier ausstellen, ausmacht, dass sie dieses Verhältnis brechen. Irak Rotation Joint Multinational Readiness Center Hohenfels 2009. Lochkamera, Baritpapier auf Aluminium. Das ist eine vierteilige Fotoserie von Stefanie Schröder. Diese Fotos entstanden mit der Hilfe einer Lochkamera, die heimlich eingeschmuggelt wurde. Diese Fotos, die jetzt so menschenleer wirken, wie hier zum Beispiel, wurde beschrieben von der Künstlerin, dass sie eigentlich sehr bevölkert waren. Das ist sozusagen ein technisches Problem, da durch die Lochkamera Belichtungszeiten von bis zu 45 Minuten notwendig sind und alle Bewegungen sich verwischen. Die Fotos sind auf einem Militärstützpunkt der US-Army in Hohenfels entstanden. Dort wird in einem Real Enactment der Irakkrieg nachgestellt. Es werden Dörfer gebaut und für die Dorfbevölkerung werden deutsche Statisten gesucht und angeheuert. Und diese haben dann verschiedene Rollen. Sie sind entweder die Dorffrauen, ein Imam, ein Terrorist und sie werden bezeichnet als Civilians on the Battlefield. Die Künstlerin war selber drei Wochen einer der Zivilisten und hat eine Dorffrau gespielt. Ein irakisches Dorfleben wird nachgespielt. Es werden sogar Moscheen nachgebaut und Gottesdienste abgehalten. Alles von deutschen Zivilisten, damit amerikanische Soldaten sich auf die reale Situation vorbereiten können. Diese Arbeit von Lenka Kalafutova ist eine Street-Art-Arbeit, die hier in den Ausstellungsraum gebracht wurde. Sie hat die Arbeit entwickelt für den Außenraum von Bratislava. Dort gibt es auch mehrere davon. Und wie man sieht, sind zwei küssende Frauen zu sehen in traditionell slowakischen Kleidern und Rücken. Auch dieser Rahmen, dieser Rand zeigt ein traditionelles slowakisches Muster. Und es ist schon eine Provokation und so ist es auch gemeint. Vor allem auch an die homophoben Äußerungen von manchen Politikern. In Bratislava ist eine Reaktion auf immer noch homophobe Reaktionen, wenn auf der Straße sozusagen homosexuelle Pärchen gesehen werden. Und macht darauf aufmerksam, dass Homosexualität es schon immer in der Slowakei gab und auch weitergeben wird. Die Arbeit von Mandy Gerd heißt abarbeiten. Und das ist auch das, was sie tatsächlich tut. Und zwar arbeitet sie Stadtratsvorlagen ab, in der Form, dass sie sie faltet und verstrickt. Tatsächliche Vorlagen, die sie sozusagen im Stadtrat schon einmal abgearbeitet hat, verwendet sie nochmal neu und strickt daraus einen immer länger werdenden Schal. Das ist eine Reaktion auf ihre tatsächliche Arbeit als Stadträtin. Sie hat ein Mandat im Kulturausschuss der Stadt Leipzig und sieht sich dort konfrontiert mit einem immer noch sehr männlich dominierten Bild, und nicht nur Bild, sondern einem männlich dominierten Politikerkreis, wo sie als einzige junge Frau mit in dem Kulturausschuss sitzt und dies auch oft zu spüren bekommt und deshalb diese traditionelle Form des Strickens wählt, um diese Hunderten von Anträgen, die sie auch tatsächlich dort bearbeitet, noch einmal abzuarbeiten. An der Arbeit strickt sie jetzt schon über ein Jahr und es geht sozusagen auch weiter, die Arbeit wächst immer weiter. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wir das zusammenwächst, zusammenwärts. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wir das zusammenwächst. Untertitelung des ZDF, 2020